Ja, ich bin nochmal zurück. Ich habe kurz unterbrechen müssen, auch die Internet-Anbindung ist momentan wieder gestört. Es geht also schon die ganze Woche, dass es stundenweise komplett zusammenbrischt, also die ganze Internet-Anbindung. Und die Störerei behindert natürlich, will die Arbeiten. Und ich will mich jetzt erstmal kümmern, dass wir uns wieder neu einwählen und dann machen wir das Video dann morgen. Ich stehe mal zu, dass ich den ersten Teil auch noch hochladen kann heute. Danke.